Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Guten Tag, herzlich willkommen zum Video Basen Teil 2. Wir werden heute die Frage klären, was sind Basen? Im ersten Teil des Videos habe ich die wichtigsten Basen vorgestellt. Es sind dies Natriumhydroxyd NaOH, Kaliumhydroxyd KOH, Magnesiumhydroxyd MgOH in Klammern 2 mal, Calciumhydroxyd CaOH in Klammern 2 mal und Aluminiumhydroxyd AlOH in Klammern 3 mal. Die Definition der Basen ergibt sich aus einem Konzept, das wir bereits bei den Säuren benutzt haben. Es geht hier um die Dissoziation. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.